wo bitte die die das wird langsam mit dem Leben knapp ja ich bräuchte eigentlich den Fliegeraffen, damit ich gar nicht wieder in die ersten Level reisen achja, da komm ich ja nicht durch das ist gut, du könntest dir jetzt Leben immer holen ja, nö wenn dich ja wie gesagt, ich weiß nicht was es ist, wenn wir beide drauf gehen oder einer von uns ich find eigentlich der Frosch der Frosch ist eigentlich am geilsten du warst nicht drauf naja ganz knapp war das eben ja der Frosch ist ja so ich war nicht weit genug zur Seite gelenkt aber naja immer mit Bananchen landen du weißt also, wenn du nur noch zwei Leben hast, ne ja ach okay war ich nicht oh 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 man ernsthaft wenn du grad hochkommen musst du das ja nicht machen, glaub ich äh? eigentlich musst du das ja noch hochkommen machen ja hatte ich ja ja hatte ich ja, aber ich war doch zu früh ich glaub du musstest dir gleich mal ein paar Leben holen, ne ich kann ja nicht fliegen kannst du aber zurücklaufen nein doch doch ich kann nicht aus dem Level raus okay du musst ja erst den fliegen den äh den anderen Doktor haben wieder ich würd mal sagen dann mal speicherst du aber gleich bevor du das Level machst ich hab das schon davor gespeichert nachdem ich bis zum speichert bin ja ja da bist du schon glaub ich sogar am Safe ne stimmt gar nicht, bist du nicht am Safe deswegen mein ich das ja na gut dann spiel ich halt mit einem Leben dauerhaft da brauchen wir noch zwei ja bei dem anderen hast du glaub ich fünf oder so ne aber bis zum Speicherpunkt wieder zu kommen ist bei mir wieder eine Katastrophe ja du weißt du kannst bei dem eigentlich auf die Dinger springen ne auf die Bienen ja aber irgendwie will er mich grad verarschen okay wir spielen beide boah der Hund ernsthaft boah der Hund als Maul boah okay Yolo Capolo ja klar man 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 das ist grad so ein bisschen mies ne ne ja sicherlich weil es mich ärger hier nein okay es gibt es nicht wenn er wieder hochkommt nein ah ich hab nur eins mich würde jetzt interessieren was gleich passiert du musst wenn er wieder hochkommt dann musst du schießen ja 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 gut drei bananen die kann so noch einbüßen die machen jetzt den cool auch nicht mehr fett ne 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 dem 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 vergang schon seit 16 minuten wieder dumm rum ja das ist doch standard bei uns dumm sterben allerlei die leute sind bestimmt schon andauernd gegen die wand kehren mit dem kopf so auf der Tischplatte seid ihr dumm bumm bumm was machst du da ach die sind zu doof dazu das mach ich grad tschüss frosch tschüss centos vor allem ich war da noch drauf ich hasse diese reifen echt die reifen die sind geil die reifen aber centos siehst du was passiert wenn was danach alles doch kommt ja ich weiß oh warte mal krieg ich nicht gleich sogar ein leben wofan ja bananenleben ja also es bum 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 das heißt wir sehen wir werden bei dir sehen was passiert wenn der wieder hoch geht ne jetzt nein ich will da runter das war ein tic zu spät ja dumm 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 baston tut dumm bling womit du du HS du numer 30 ah du успen du 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 Aber auch im Contest, ich glaube die anderen haben sogar auch Contest, wenn ich mich nicht anrennen. Der dritte auf jeden Fall. Ich glaube der zweite aber auch. Der zweite auch. Ich glaube ich finde sogar den zweiten Teil am schlimmsten. Ja. Da sind so viele Level und die sind wirklich so krass. Hallo. Wollte sogar Partnerspringen machen? Synchronspringen? Ja, bin ich grad. Voll im Sinn einen kriege ich und den eben nicht. Oder wie? Oh, du rutschst ab irgendwie. Der ist grad gesprungen. Ne? Game over. Warte, ich will wissen was genau passiert. Oder soll ich laden? Mach, mach einfach. Du kannst danach immer noch laden. Ich lade. Ich habe gesagt du kannst danach immer noch laden. Na. Ich weiß nicht was, ob dir jetzt ganz gang over ist oder wie? Das wollte ich nämlich wissen. Egal, zu spät. Alter, froh. Mein Gott, du bist so doof. Ich weiß. IQ von 6. Und shit. Kann ja nicht wahr sein. Lass hierhin vom Rehmel regnen. Was, du bist dumm? Dumm, 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 dumm. Du hast eine Banane vergessen. Banane? Hast du eine in der Hose? Ja. Und? Was dagegen? Will ich nicht wissen. Das Niveau sinkt. Niveau. 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 Niveau, haben wir das? Wir haben hier gar kein Niveau. Jump. Jump. Frösche in die Luft. Jump. Was? Da hättest du da, als glaub ich auf ein Nintendo wärst du da gestorben oder so. Meinst du? Hm, ich glaube ja. Es gibt einen Levelgrenzer hier. Okay. Also das ist nicht dein Zendus mit den Reifen. Was war das? Ich bin doch noch nicht mal so weit zu sein. Ey, der Frosch, der hüpft ja ständig, auch wenn du nur stehen bleibst. Der ist nicht der Schlauste. So wie du? Hä? Klar. Aha. Jetzt muss ich weiterkommen, dann krieg ich, glaub ich, die Bananen wieder. Dann krieg ich wieder ein Leben. Ja. Es fehlt hier noch eine. Oh, ich hab bei dir... Das ist ja schon nervig. Ach, hier gibt's keine. Warte mal. Jetzt. Ich will, ich will eigentlich dahin schießen, wo die Banane ist. Wirst du ja machen können. Ne. Ach du Scheiße. Nein. Doch. Ach ja, da war ja was. Ah nein. Ich bin ein Banane. Das war wie so. Wie geht's. Ja. Geigen over. Geigen over. Was? Da oben bist du. Was? Aber ich weiß nicht, ob du neu wiederbelebt bist oder was weiß ich. Können wir mal schauen. Also, alle Level spiel ich nicht nochmal. Ja. Dann lad ich. Wenn das wirklich der Fall ist, dann liegst du gleich halt. Alter Schwede. Da sind ja noch mehr Hasslevel als jetzt schon drin. Kenn ich's, das ist auch oben der Speicherpunkt, ne? Ja, ja. Deswegen, glaub ich, ist das gut, dass wir immer speichern zwischendurch auch noch. Egal, wir haben ja dieses Set-Saves. Ja, wir haben ja dieses Set-Saves. Ja, wir haben ja dieses Set-Saves. Wir haben ja dieses Set-Saves. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Doink. Ich schau mal gerade auf der OBS. Also, zum Spiel her und dann auf OBS zu gucken, dass sie auf jeden Fall kräftig aus sieht haben. Ja, ich weiß. Ist mir schon bei Dragon Quest damals aufgefallen. Tschau. Ja, aber im Video sieht das dann wiederum mal anders aus. Nö, nö, es geht. Also, wenn ich so wirklich vergleiche, Video, was jetzt hochgeladen ist, eins? Zu denen? Ja, weil der 720p mit dran ist, deswegen. Wieso, der Frosch ist nicht ohne? Ich weiß, dass er nicht ohne ist. Oh, was ist er das jetzt? Ach, bei dir. Leckt's bei dir auch? Ich weiß, dass er nicht gesprungen ist. Ich weiß, dass er nicht gesprungen ist. Ich weiß, dass er nicht gesprungen ist. Oh. Du kannst wieder hinlaufen. Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, nicht ganz. Ich lad mal eben. Mach das. Oh, ist das nervig. Oh, das wäre mir auf jeden Fall Spaß kriegen jetzt. Oh, ho, 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 ho. Ja. Mit einem, mit einem Leben? Ja gut, ich hätte vielleicht auch spielen können und, oder nach Funkys Methode einfach nach hinten gehen können. Ja. Ach. Dann hätte ich vielleicht, äh, das knappe. Ja, weißt du was? Ach. Dann hätte ich vielleicht, äh, das knappe. Ja, weißt du was? Wow, du hast es geschafft. Komm. Haha. Dreckssicher. Oh, oh, oh. Ja. Ach ja. Das ist ja immer noch schlimmer. Ja. Also. Nein, Leute, wir ziehen es nicht extra in die Länge. Wir sind, wir sind halt irgendwie... Klar, wir machen das extra. Hallo? Ach, ich bin extra so dumm. Ja, nein, du solltest das doch gar nicht verraten. Ach so. Weißt du auch. Unser Geheimnis, ja. Toll, Zen, du hast es wieder geil gemacht. Du? Ich hab gesagt, wir ziehen das nicht extra in die Länge. Was ist das denn eben? Äh. Also irgendwas passt mit deinem Controller nicht. Ist einfach gerannt eben mit einem. Ja, und nicht dass du die, nicht dass du so eine Turbo-Taste aktiviert hast. Gibt's ja. Nö, nö. Hab ich nicht. Schießt aus. Bring doch mal. Die Reifen sind nicht dein Lieblingsfach. Nein. Treckerreifen, Autoreifen, Fahrradreifen. Nicht alles deins. Auch nicht die Sekundereifen. Ach klar. Wollt dann nochmal hoch. Will die Bananen haben. Äh. Ist die vorhin nicht eingesammelt oder sind die da schon wieder gewesen? Wieder gewesen. So. Cheater. Nein. Du Cheater. Oh. Oh. Der Frosch. Jetzt hätte der Frosch extra direkt gehen müssen. Mhm. Ja, ich meine, der ist nicht richtig hochgesprungen eben, der Frosch. Ja. Ja.